Hallo, herzlich willkommen zum Adventskalender 2021 vom TV Eschersheim. Wir nehmen euch jetzt gleich mal mit rein und machen insgesamt 24 Türchen auf und gucken einfach mal, was im TVE so los ist. Kommt mal mit! Ja, wir sind hier jetzt im Flur, hier geht es zur Geschäftsstelle und hier, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, geht es in die große Sporthalle. Da gehen wir jetzt mal hin, kommt mal mit!